HAKULA BUN HALLO MUCHACHACHOS! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, dem hoffentlich, wirklich letzten Ranked dieser Season. Wir zocken zusammen im Triple Squad zusammen mit Mabossa und Nugi. Hallo! Hallo! Was geht? Hallo ihr Damen, zwischen ihr Tamagotchiha. Ja, Muchachos, jetzt wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Das letzte Game dieser Season. Wirklich, Muchachos. Also, jetzt wirklich. Wirklich? Haben wir schon gesagt? Wirklich? Wirklich? Neue Season für den 6. Dezember. Und das Ganze haben sie gemacht am 4. Dezember, sehr spät abends. Ich glaube, irgendwann um wirklich 21, 22 Uhr. Yes, Sir. Nach deutscher Zeit zumindest. Amerikanisch mag das anders sein. Aber, Neue Season soll da sein. Wenn ihr jetzt das Video schaut, dann war hoffentlich der Patch schon durch. Und wir können alle endlich die Operation Deep Freeze genießen. Nico, du willst doch wahrscheinlich mit mir Tower angreifen, oder? Yeah. Okay. Okay. Power. Die Frage ist halt, soll ich lieber Grimm nehmen, oder vielleicht bei Sense? Power, was du möchtest. Ich werde auf jeden Fall die Roma aufspüren. Du könntest sonst noch... Digga. Ich dachte gerade nimm's Blackbier, ne? No. Nimm, nimm. Nimm's, nimm's. Nimm's, nimm's. Also hier vom Schrein, vom Dragon bewegt sich nix Richtung uns. Okay. Okay. Da hat ein Lesion-Jab gelegt an den Durchgang, aber ist jetzt zurückgelaufen. Rottet by Scan. Hopp. Ah. Geh mal weg lieber, nicht da, Deko, nicht da. Sonst die vier und bin tot. Alle greifen hier an, wollt ihr mich hier... Ah ne, kommt einer nicht. Einer immerhin. Okay, soll ich mal anrufen? Ja, kannst du machen. Komm mal. Ja, anrufen. Hier ist einer. Hier. Nein, der hat mich! Rettet mich, rettet mich! Er ist doch da, er ist doch da, er ist doch da, er ist doch da, er ist doch da. Ja! Lol! Nein! Was? Lol. Hä? Ist er tot? Ja. Okay, ich rette ihn, rette ihn. Lol. Hat der ne... Der hat ein Contact-Nate gegen Monty geschmissen, glaube ich. War zu nah dran. Ich wollte mich bei Monty gerade bedanken, aber... Wie random war das denn, Alter? Wie random war das denn, äh? Ich... Ich hecke... Ich hecke alles, alles durch. Hier, hier Deko! Deko, Deko! Hier, hier! Was? Meinst du es? Meinst du es? Ich rufe nochmal an. Ist abgehauen. Malen? Scheiße. Frost war das. Ja, wir können, glaube ich, schon langsam Attacke machen, ne? Frost... Frost... Wir haben nur von hinten... Frost kommt zu den Main Stairs, passt auf! Mein Speck ist das, oder was? Hier wird Frost durchkommen. Okay Leute, ähm... Sollen wir drohen langsam, oder was machen wir? Ich könnte doch wieder nach hinten laufen. Guckst du jetzt? Ah, okay. Ja. Dann würde ich auch mal langsam weiter gehen. Dann drohen ich jetzt auch kurz, ja? Letzte Drohne. Drohne nicht Drohne. Okay, Frost ist down. Okay, wir können... Ja, wir schauen noch kurz, wo der ist. Hier, auf Spot. Auf A. Auf A? Echt? Ah ne... Ey! Er war doch auf A! Lol... Er ist rüber zu, äh, Kuka. Äh, ja. Das heißt, ich verzieh mich erstmal. Wow! Ach, da war der schon, äh! Uh! Ich hab echt ein bisschen länger gebraucht. Hat zum Glück funktioniert. Aber, ja. Das Team hat gut reagiert. Du, wie kannst du dauernd im Spot gewesen sein, wenn du ihn nicht gesehen haben? Ich schwöre, ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Die ganze Zeit hinter dem Schrank, ey. Hä? Ja, ich hab den gehört, dachte so, okay, der ist downspot. Ich guck so. Guck nach links, okay, Nugi läuft da gerade. Hä? Ich dachte auch so, hä? Ja, dachte ich auch. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. War der nicht on stairs? Ne, ne, der war im Raum hinter dem Schrank, der da steht. Hä? Dann hab ich den wohl als Vase, äh... Ich hab ne Brille auf und trotzdem X-Augen. Und dann hab ich den wieder hergeschossen und meine letzte Kugel hat unseren, äh, Painter gefüllt. Ha? 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 Das ist so lustig, was in der sechs Mannschaft passiert, das ist so geil, ey. Das war sowas die Aktion, Alter, davor, ja? Ich bin ja beim reingehen schon fast zurückgesterb, weil ich einfach gejount habe. Es war niemand da. Die Sekunde, wo ich reingehe, sagt nur wie, hier ist einer, hier ist einer. Oh, geil, ey. Und da muss man auch sagen, habe ich auch auf Hard for End. Oh, zu lustig, ey. Aber das war sehr professionell. Ja, die letzte Runde muss ja auch noch mal ein bisschen lustig sein, oder? Ja, finde ich auch. Ich picke um auf... Wobei, muss ich umpicken überhaupt? Wo gehen die hin? Sind die hier... Bist du mal im Tower, oder sind die wieder da? Ich denke mal Tower, deswegen habe ich Osa. Ich könnte auch noch EMP-Nates mitnehmen, aber... Guck mal, halt einfach Löwen, also so Wolfsdinger an der Drohne dran. Löwen? Wo? Erkennst du die nicht? Guck mal an der Drohne. Die sind Wolfsdinger, die sind nicht in Office. Nicht in Office? Nee. Aber bleib trotzdem. Ja, ich bleib auch bei Goodlock, dann kann ich die... die Flankwege ein wenig abtrappen. Ja, wo wollen wir denn gehen, ne? Meinst du, die sind dann so Barbecue oder so? Maybe. Die sind gerade verloren, die sind wieder da. Ach stimmt, die können ja wieder da hingehen. Komplett verrafft, okay, ja. Du hast recht. Wir würden wieder hier in den Tower reingehen wollen, eigentlich. So. Wow! Okay, Warden ist hier auf der Seite irgendwo. Okay, Office ist clear erstmal. Der Warden ist weg. Der Monty pusht. Der Monty pusht. Anruf. Nuggi bis Dragon ist alles clear. Okay, let's go. Ey, diese... Ah ja, injured. Frost, Alter. Fass! F***, einer von uns injured. Warden und Drums. Ich hack das Telefon. Ich hack das Telefon. Gehackt. F***, es ist hier. F***. Nein, auf der linken Seite war er. Auf der linken Seite. Hast du ihn? Er ist ja tot. Ja, ich dachte, der ist rechts. Ja, ich dachte, der ist rechts. Okay, ich geh jetzt nochmal kurz in die Cam. Deco, Bescheid geben. Ich call. Du kannst doch mal anrufen. Geil. Warte, ja. Marvin, in deiner Drohne sehe ich gar nichts. Nein, hinter mir. Ich bin tot. Marvin, ich bin tot. Oh, okay, ich auch. Oh, ich hab's nicht im letzten Augenblick gehört und hab mich umgedreht. Ah, okay, da hat er mich kurz gesehen. Das war... Na. Hm. Egal, also bei mir läuft's nicht. Okay. Dann kann's ja noch besser werden, ne? Ja, dass unser Mate gestorben ist und der Voice-Chat, Muchachos, wir haben heute den... ...den 5.12. Am 5.12. funktioniert einfach in Rainbow Six weit der Voice-Chat nicht. Und, ey, ich hab mir einfach sagen können, dass der Warden direkt neben ihm stand und nicht von den Stairs ausgeschossen hat. Aber, nein. Der Voice-Chat funktioniert übrigens bei niemandem von uns. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, finde ich. Ja, also bei unseren Mates ja auch nicht. Ja. Also höchstwahrscheinlich. So, jetzt gehen die Tower. Tower müssen wir irgendwie aufkriegen. Wenn die Mute haben, werde ich nochmal wechseln. Ja, außer war jetzt vielleicht auch nicht die beste Wahl. Dem gerade konnte ich besser mit euch irgendwie zusammenspielen. Alle Leute, die reingegangen sind, haben dann doch irgendwie schnell auf die Fresse bekommen. Ich muss dann irgendwie jemanden nehmen, mit dem ich dann irgendwie nachrücken kann. Hm. Wen sie haben... Ich glaube, ich pique doch noch auf Gridlock, oder? Okay, sie sind auf jeden Fall hier oben, ne? Ich glaube, für den Spot ist Gridlock besser. EMP ist aber auch schon zweimal. Da bleib ich mit meinen Granaten. Opa Hans, los, genn, genn durch. Wir werden... Okay, Solis, renn weg, renn weg, renn weg. Renn weg. Renn weg. Oh nein, da wollte ich nicht hingehen. Shit. Was war das? Was? Ich bin hier gerade ganz schön krass aufgesprengt. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Ich laufe mal lieber im Rappel nicht. Ja, Gito. Das bisschen Haushalt macht sich von allein satt, mein Mann. So, 1-1. Da, Opa Hans. Mach die Kogge mal weg, da. Fahr mal mit dem ersten Würstchen da lang. Nein, die haben Kite. Ficken. Was soll ich denn machen? Bei Kite kann ich leider unten. Da müssen wir nach unten gehen, ne? Ich habe nachher, ich habe Twitch, ich habe noch Ladung. Wo ist denn, wo ist denn, du Kite-Krolle? Ja. Ja, Tim, müssen wir mal schauen, wo? Ich mach unten schon mal ein bisschen auf. Kannst du da was machen? Ich weiß ja nicht. Wo ist das denn? Unten, oben, oben, oben. Machst du gleich mal anrufen? Hast du, hast du? Ich kann anrufen oder was? Ja, gleich. Der Gang hier. Wow, so lässt es unten. Fuck, da kann ich auch nichts machen. Ja, ruf mal gerne an. Okay. Warte. Wo geht raus? Los. Egal, wie konnte denn unser Monty da sterben, Alter? Das dauert also schon wieder sehr lange hier. Ja. Unten ist Solis. Ich brauche eigentlich jemanden mehr. Kite ist tot. Ich habe noch einen Anruf. Ja, ruf mal bitte an. Warte. Okay. Anruf geht raus. Los. Hab ich. Danke. Achso. Ich versuche den Kite jetzt wegzubauen. Kite ist tot. Die Kite-Kralle ist oben. Eck oben drüber. Ich habe noch einen. Horn unten. Ace, you can breach. Warte, jetzt. Ja, jetzt, 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 jetzt. Du kannst dem Ace nicht callen. Ey. Warte mal. Go, go, go. Warte, 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 warte. Ich habe, ich habe. Oben ist das Ding gewesen, oder was? Ich habe Kite-Kralle zerstört. Ja, aber der Ace weiß es nicht. Ich habe doch geschrieben, go, go, go. Ja, aber. Er macht, er macht nichts. Ja, ja. Achso, er ist drin. Ich push. Er ist drin. Bei den Stairs, bei den Stairs. Wo? Wo bei den Stairs? 60. Nein. Wo bei den Stairs? Gridlock. Weiß ich nicht. Digga. Ey. Wo? Call. Schnell. Ja, ich brauche einen Call, Digga. Alter Schwede. Noll. Du, meine rechts. Hey. Hey. Ich habe ihr mit dem MG von Gridlock in den Kopf geschossen. Drei Sekunden lang. Und sie lebt. Und sie lebt. Ja. Okay, bei Diko läuft nicht. Bei mir läuft gut. Ich bin so geil wie Diko Rage. Oh, ich feier. Ja, ey. Heute rückt mich echt alles. Also wirklich, dass der Voice schon nicht funktioniert. Es ist das zweite Mal als Muchachos. Wir spielen schon das dritte Match heute. Das zweite Mal schon. Dass wir nicht breachen konnten. Dann die Kitekralle entfernt haben. Dann aber der Breacher weg war. Und wir ihm nicht sagen konnten, dass er jetzt breachen kann. Dass wir deswegen fast eine Runde verlieren. Das regt mich so auf, Alter. Aber dass gerade nochmal zwei Leute da sterben. Ich wollte einfach so das Backup sein unten so. Aber egal. Am Ende hat es funktioniert. Ja, ich wollte eigentlich reinlaufen und planten. Bin aber beim Reinlaufen in zwei Legion Traps getreten. Also Muchachos, ich weiß nicht. Das muss Jeremy nochmal bitte in Zeitlupe abspielen. Wie lange ich da wohin geschossen habe bei der Frost. Aber für mich waren es zwei Sekunden ungefähr nur in ihrem Kopf. Nichts anderes gesehen. Und dass sie einfach nicht tot waren. Ich weiß nicht. Da muss man schon wieder die Hitboxen schon wieder am Start gewesen sein. Aber zwei Runden, zwei Jungs aus der Decker-Runde. Das ist sehr gut, ja. Da kann man gut mit arbeiten. Hier machen wir auch nochmal was zu. Digga, ich finde es krass, Alter. Jetzt einen Tag mal irgendwie keine Voice-Chat da. Und du merkst einfach, wie wichtig das ist in Rainbow Six. Ja, extrem. Alter, regt mich das auf. Da bleibe ich jetzt on Spot. Nehmen wir noch zwei Verstärkungen. Ich bleibe einfach mal hier. Ich glaube, ich habe eine Drohne zerstört, indem ich eine Wand hochgezogen habe. Geil. Ich habe gerade hier die Asami-Wand zerstört. Aber wo kam das denn? Oh, Windows open. Bei dir, bei B? Ja. Ja, das kann ich aber halten. Ich habe da den Boden aufgemacht. Ich habe den Boden aufgemacht. Alles gut, alles gut. Wer ist schon mal durchgelaufen hier? Nein. Die sind schon im V-Raum hier. Die sind schon vorne. Ich kann nicht. Ich sehe das. Warte mal, warte. Ich kann doch noch nichts sehen, Diko. Oh, fuck. Die sind ja bei mir. Er ist zweimal Lion. War bei ihnen? Er ist zweimal da durchgelaufen. Ah, nein. Der hat doch meine Füße gesehen. Warte mal, ich muss doch kurz. Ja, okay. Der hat hier sind meine Füße gesehen, leider. Fuck. Wird von mir, mich da hinzusetzen. Nein. Opa Hans, komm, du regelst das. Scheiße. Warte nämlich von mir einfach. Nein. Ah, schade. Ey, das war aber auch nicht gut. Also, die sind hier vor den Stairs in die rumgelaufen, als wäre das ihr Zuhause hier, Alter. Okay. Achso, du meinst gar nicht den Raum einfach schon. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe doch keine Füße gesehen. Das kann doch gar nichts gewesen sein. Nein, nein. Die sind vor den Mates hochgelaufen. Na, okay. Wir haben mit unserem Mate gekillt, ist wieder rausgelaufen. Ähm. Angefragt dann noch, aber sich gekillt. Noch, äh, ich würde eher lieber Office gehen und dann nehme ich Clash und versuche, sie wieder wegzuhalten. Das funktioniert eigentlich immer recht gut. Ja, aber das ist doch für die letzte Runde aufheben. Okay. Äh, Kaoke. Und diesmal, boah, ich muss irgendwas anders machen. Ich würde, Halisian ist nicht da. Fuck, ey, nehme ich Kapkan. Äh, geil, Alter. Ja. Aber das heißt, sie sind also unten auch hochgelaufen. Glaub ich mal unten, ja. Okay, dann. Ah, fuck, wieso habe ich nicht Puls genommen, ey. Hier auf jeden Fall dann was. Hier zwei Traps. Und dann werde ich auch nach unten gehen, Richtung Bathroom. Mom, Bathroom. Oh, da war eine Drohne. Fast. War das gespottet hier irgendwo? Gefährt die ganze Zeit? Okay, sehr gut. So, dann gehe ich ganz, ganz schnell nach unten. Ja, habe ich schon. Habe ich schon, okay. Ja, habe ich. Okay, ich hoffe, ich glaube, die Runde ist runder. Mal, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Anfangen. Bei Drums. Ich bleibe erst mal hier unten. Brotiere dann aber über die Stairs. Ich habe auch alles voll getrappt, die ganzen Räume da, ne? Also, fuck. Wo ist die etlichen Trap gewesen? Äh, wahrscheinlich Geisha. Das war, glaube ich, Geisha, ja. Ich habe da einige Traps, ne? Also, du musst nicht beaken oder so. Ja. Brotiere wieder langsam nach oben. Nächste Trap? Auch Geisha, glaube ich. Ey, die... Ey, kein... ...Stück! Alles in die Gläser! Es sind Drums. Er sind drin. Warte. Nein! Die haben deine Krabkant-Stacks übernommen mit Brava. Brava, Drums. Sorry, Drums. Bei Drums. Hier links an der Tür. Du weißt, was ich meine, ne? Ne. Wer ist neben dir geplant? Nein! Ich dachte, da... Hier links an der Tür, wie ich gesagt habe. Achso, ne. Wusste ich nicht. Digga, ey. Dieses Pre-Fire-Shit, ey. Oh. Also, den Call habe ich nicht verstanden. Wollte auch nicht anfangen zu erklären. Alter, wir... Ey, das sah so gut aus! Und dann ist alles gefallen! Okay, dann... Wir hätten das schon vorher machen müssen. Ich mache jetzt High Risk High Reward, ey. Let's go. Schade, ey. Bist du in meine Kapkan-Trap gelaufen, oder wie? Ich wollte den Lion gerade pushen, weil ich ihn gehörte. Aber ich wollte ihn pre-firen. Und Brava hat gerade... Ich habe noch eine Kapkan-Trap auf der anderen Seite entfernt. Aber ich wusste nicht, dass da auch noch eine ist. Ah. Deswegen nicht... Ah, ich wollte die ganze Zeit schon sagen, nicht pushen, ey. Müssen ja zu uns kommen. Okay, auf jeden Fall wird das hier eine maximale Runde, ey. Ahem. Ja, aber dass die dann auch genau Brava haben, wenn ich da den Trap-Lord spiele, ey. Shit, boi. Und dass der mich sofort... Ey, und dass der mich sofort auch wegheddert, ey. Alter Schwede. Okay, ich muss mich verstecken erstmal. Wird, dass die sonst Kali nehmen. Okay, das war's. Ist gelockt. Mache ich hier erstmal ein bisschen zu. Werde ich hier nochmal ein bisschen was hinhauen. Okay, let's go. Na, rappen die ja schon? Rappen auf jeden Fall. Ah, ah, ah. Jetzt höre ich was rappeln hier. Ja, hier sind zwei Leute auf jeden Fall. Was für zwei Leute? Lion ist da. Die sind drin, sie sind drin, sie sind drin, push, push. Einen hab ich. Zwei Leute hier. Zwei... Two guys, ich kann ja nicht reden. Die sind wirklich on-side? Nein, 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 die sind draußen noch. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nicht, ob ich den pushen soll. Ich push den einfach mal. Ist da nur einer? Hier ist gerade nur Osa, ja. Warte sonst. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, sieh die eigene Schild verschmitten. Nein, wie Matthew. Push den weiter. Nein. Okay, außer immer noch hier an der Ecke. Und du schaffst den vor den Rücken zu ziehen. Versuch mal den vor den Rücken. Wow! Ja, ich hau erstmal wieder ab. 54. Weiß nicht, wo der andere ist, ne? Weißt du, wo der andere ist? Ne. Oh, alles gut. Oh Mann. Doch hier läuft noch einer. Auf der anderen Seite. Jetzt rappelt einer hier. Okay. Nein. Nein. Warum picke ich? Beide hier, beide hier bei mir. Vor von Clash. Ich kann ja nicht callen. Komm mit Fenster rein, so wie mit Fenster. Wow. Ich staub. Wo, 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 wo. Welche Fenster? Wow. Ey, wie? Leute. Was? Nein, nein, nein. Okay, aber ich habe Todes auf Zeit gespielt, Leute. Das müssen wir hinkriegen. Tür ab, Tür ab, Tür. Oh. Oh, oh, oh. Alter, man, eine karolische Runde, ey. Alter Schwede, ey. Ich habe nur Todes auf Zeit gespielt, ey. Alter Schwede, ey. Wie der Laie noch einfach reingerannt ist, ne? Kranker Typ, ey. Ja, ich war einfach zu... Ich wollte unbedingt einen Kill haben, Alter. Also außer den Laien, der mich reingelaufen ist. Ja. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du die Leute da vor den Breach schießt, aber du hast die einfach noch weiter weggepusht. Ja, die haben das gut runtergespielt, ey. Das war nicht schlecht. Ich wollte die einfach beschäftigen. Okay, Verlängerung, Angriff. Okay. Boah. Auch mit Löris, wie die mich die ganze Zeit versucht haben. Die haben alle, boah, ich glaube, drei oder vier Löris-Drohnen genutzt, um mich da wegzuorgern. Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich auch nicht. Gridlock? Ich nehme erstmal Gridlock. Ja, das kommt, hör mal. Yes. Wobei, wir haben Monty. Ich laufe sehr gerne mit Monty rum. Vielleicht werde ich dann einen Fragger nehmen. Also Ash oder Iana. Ja, ich nehme Iana. Scheiß drauf, ey. Kann ich mal ein bisschen rumfragen hier. Wir werden höchstwahrscheinlich Solis haben. Hier sind wir drüben. Dann würde ich gerne wieder bei Tower reingehen. Ja, Dito. Ich werde unten die Tür aufmachen bei Side Entrance und werde dann mit meinem Iana-Klo ein bisschen rumlaufen. Vielleicht kann ich dich damit ja supporten. Ich habe am meisten Bock gerade auf das MG von IQ. Aber ich werde IQ nicht spielen. Ich mache jetzt Yolo-Brava. Ich hoffe, dass die irgendwas haben. Alter. Okay. Ja, Hauptsache ein paar Camps, ne? Wenn, dann kannst du Main Entrance oder so gleich ein paar Camps. Wobei, ah, muss nichts. Oh, wo war das? Ey, warum geht denn? Kannst du ruhig anrufen einmal, ne? Warte. Wobei. Ich lauf gerade unten rum. Wo ist er gerade? Ja, guck mal, hier oben ist einer rausgelaufen. Der Legion, ja. Willst du einmal anrufen? Ja. Okay. Gib mir gerne Bescheid, wann du es machst. Geht raus. Ja. Gar nichts gehört hier. Null. Merkwürdig. Ela ist bei Dragon auf dem Dach. Ich habe auch ein bisschen zu Drums aufgemacht. Ja, einen habe ich. Einen habe ich. Ja, ein Geisha ist einer. Ein Geisha ist einer. Zwei Stück Geisha. Okay, was bei mir? Einen habe ich auch. Den nächsten. Ja, geil. Die Call braucht noch Bescheid. Ja, ich tu noch mal irgendwo. Dragon ist nix. Ja, der ist gerade auch nix. Fehler ist hier nicht mehr. Okay, ich hätte gerne einen Anruf, hätte gerne einen Anruf, hätte gerne einen Anruf. Warte, geht gleich los. Anruf kommt. Und raus. Hier sieht ein Geisha aus. Ja. Wir könnten jetzt bei A reingehen und blenden. Ja, 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 ja. Mach das mal. No, Schammer. Haben wir, haben wir, haben wir. Unten drunter. Unten drunter? Ja, aber ist weg. Solis hat zwei Nails benutzt. Okay. Nur Solis, ne? Ne, nur Frost, okay. Aber Frost unten drunter vielleicht? Ne, die kann doch nicht wegspringen. Alles geplant, alles geplant. Nein, die sind Geisha, Geisha. Ja. Ich dachte, sie wäre unten gegen den Dropper, Alter. Digga, wie du, wie ich da abgeschossen wurde, ey. Digga, eine Runde habe ich mal irgendwie was Nützliches gemacht. Allerdings konnte man Brava nicht nutzen, weil die nichts Elektronisches hatten, Alter. Oh, ist so wichtig, dass ich alle Robo bei denen bekommen habe, ey. Ja. Fukushima. Das war echt gut. Aber wer hat denn dann von unten da Contact Nails dran geschmissen? Keine Ahnung. Oder war das, kam das vom Raum gegenüber einfach? Vom Raum gegenüber gewesen, nein. Office. Boah. Was machen wir da? Ja, da. Haben wir gerade knapp gewonnen, ne? Mhm. Sehr, sehr knapp. Vielleicht noch sowas wie... Leasen. Clash? Wir sind nicht wieder Clash. Haben wir schon. Haben wir schon. Und, ey, mach keine Taktik zweimal. Das wird nicht funktionieren. Na ja, du hast ja gerade sehr, sehr offensiv gespielt. Du könntest hier jetzt defensiv spielen. Ja, das machen wir. Jetzt wird Matthew sie spielen. Ja, ist gut, weil... Läuft nicht ganz so rum. Bittin. Okay. Digger, das letzte Ding ist aber nochmal richtig spannend, ey. Ja, spannend. Aber... Ey, war... Den ersten Runden haben wir nicht so viel abgefuckt, ey. War da gut oder nicht so gut? Ja, der zweite war gut. Aber ich würde hier eigentlich nur... Ne, ne. Haben wir diese Außenwand hier zu, ja, ne? Ich will sie so machen. Digger, mach was du willst. Alles klar, wenn man sich so... Richtigheit geht vor. Alle Amor sind sogar... Heid und Jeid und Planet. Du machst... Lass mich mal hier, äh, Electrify... Ja, sorry. Dann machst du bei den ersten Electrify an der... An dem Breach. Jo. Mal schauen, was ich... Digga, da... Der Spiel Clash und piept da am Fenster... Nein, nein. ...unbeschildt. Das ist... Wenn er echt tot ist, ne, dann... Unmöglich. Ich hoffe, dass der Angel Place... Oder Angel Place da was holt. Du hast die Wand jetzt da, lol. Okay. Ich hab schon hart Angst hier wegen der Tür da hinten. Ja, okay. Unten drunter. Geht nix. Amaru vielleicht. Backflow ist noch da. Was war das für eine Aktion? Wo? Äh. Stairs vielleicht, Stairs, Stairs? Ja, ja. Ja. Ja, hab ich. Schön. Nicht so schön. Drums. Dash. Wow. Ja. Drums ist was. Warum geht denn der Dulli... Der Dulli nicht in die Kamera hier rein, Alter. 1.15 noch. Gut, bist du da reingegangen? Wow. Okay, Matthew hat den... Äh... Da draußen, ne? Wow. Ja, Sledge hat mich leider. Oh, Drums oder was? Äh, nee. Ähm... Bei dem Trophäer... Hier, bei dem Artefakt da. Bei dem Betungsraum. Okay, bottom mainstay. Bottom mainstay. Matthew, nein. Ich hab das. Ja. Ja, so bei Drachen. Dragon, ne? War einer. Oh, Matthew, spiel doch einfach ganz normale Clash, ey. Ja, hier ist einer, ne? Könnte, ja. Ich sehe nichts. Ich hab keine Cam. Ja, das wissen die, dass ich hier bin. Nein! Oh, warum? Ich wollte rotieren, weil er auf einmal seine Kamera kam. Warte ruhig. Deko ist noch drin. T4 hast du auch noch? Nein, rechts. Ich dachte, du wirfst rechts T4 und du passt links auf. Ey, aber... Wie kann man so Clare spielen, ey? Das wäre... Ey, das ist ein 4 gegen 5, ey. Der Typ macht mich fertig, ey. Der macht mich fertig, ey. Ey, Digga, und bis dann... Och, Digga, und ich hab... Ich hab dir zweimal gecolt, dass da einer steht bei mir. Ja, aber wie gesagt, einer kam ja noch von den Mainstays und einer kam ja noch von den anderen, dachte ich. Weil da von da die Kamera kam. Dann ist da eine Lösung, in den anderen reinzulaufen, die ich dir gecolt habe, oder was? Nee, das war ja nicht mit Absicht. Ich nehm nochmal... Ich hab mit dir zweimal gecolt. Ich nehm jetzt Iyana nochmal, versuch ein paar Frakes zu machen, ey. Alter Schwede, ey. Das letzte Game ist ja aber nochmal brutal, ey. Scheiße, ey. Ja, aber es ist nicht mal brutal gut. Ne, ne. Wobei, du hast neun Kills, bei dir läuft es echt, echt nice. Aber, also ansonsten ist das echt... Puh, schwierig. Ja, ja, ja. Also ich wurde auch gerade so krass ausgejount und genoodelt und gelutscht. Aber am meisten macht mich Matthew fertig, ey. Ja, ey. Ich hätte einfach nur das Schild rausnehmen müssen und chillen, ne. Clash, 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 ey. Spiel doch, wie man Clash spielt, ey. Also warum spielt... Oh, Kapital ist schon mal. Scheiße. Kaid. Oh, auch. Die haben das gewonnen, glaube ich, ne. Hm, könnte sein. Ich werde hier reingehen, übrigens. Also es wäre gut, wenn wir auch noch jemanden Doka-mäßiges hätten. Der hat mir gerade echt gut geholfen. Ja, nehm ich sonst Doki. Das wäre ja sweet, das wäre sweet. Okay, montern wir da oben. Ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen zu breachen, weil wir keine EMPs oder so haben. Achso, ich dachte, du bleibst bei Brava, weil wir haben doch schon einen Ace. Oh, Matthew, nicht gut. Ja, ich war von Anfang an nicht Brava. Ich war von Anfang an, ich war von Anfang an. Okay, könnte ich gleich den ersten Anruf bekommen? Ja, wann? Warte, ich check noch einmal Sache. Äh, gerne jetzt. Und go. Die Kite-Claw ist oben drüber. Mhm. Okay, wollen wir machen, oder was? Ja, bitte, schnell. Oben dran schmeißen, nirgendwo. Ding nicht, ging nicht. Warum? Ich bin gerade noch gejohnt, das Teil. Jetzt, 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 jetzt. Rechte Seite. Nee, ist wieder dran. Meine Drohne ist weg. Unten oben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee. Ich mache nochmal einen Anruf. Nee, wir haben verkackt, wir können nicht reachen. Anruf. Aber Monty hat doch noch ein Krieg hier. Anruf geht durch. Los. Ja, Monty hat schon zwei EMPs geschmissen. Kannst du nochmal markieren? Also ich bin jetzt da drunter. Kai-Claw ist irgendwo hier oben drüber. Mittig. Müsste da sein. Warte, ich gucke mal mit der Kamera auf dich, ob ich sie sehen kann. Ja, sie ist mit oben. Da, Marvin, Marvin. Und mach hier. Ja, ist tot, ist tot. Kaputt. Der Deko ist schon weg. Digger, wer hat den, wer hat den Diffuser abgelassen? Wow. Wurde abgeschossen. Wir müssen breachen. Ja. Ey, Monty ist drin. Ja, Monty ist drin. Die bauen den Diffuser hier gerade ein, ne? Achso, warte, dann komme ich rüber. Der Diffuser ist in der Tea Room. Warum ist der da? Du musst ja unser Ace gehabt haben. Fuck, ich muss mich beeilen. Ich renne. Ich renne, ich renne. Schießt auf mich. Mit da den Teilen da auf eins abpingen. Das tut. Ihr seid beide nur noch. Ne, die haben den wirklich eingebaut, ja. Ne, schauen wir nicht mehr. Wir müssen auf Kill gehen. Wir haben alles zugemacht. Ey. Ey, hier auch nochmal. Ey, dieses Team. Aber ich habe auch zu spät gesehen, dass der da hinten war. Alter Schwede, ey. Alles gegeben, aber... Das spiegelt... Das spiegelt einfach so ein bisschen die Kommunikation mit Ubisoft wieder. So wie sie hier gerade lief, ey. Aber ich fand, es waren sehr viele lustige Sachen auch dabei, muss man dazu sagen. Und es kann in der nächsten Season noch besser werden. Muchachos! Das war eine Runde, Alter. Am Ende verloren, weil der Diffuser irgendwann im Arsch der Welt lag und unser Matthew uns auch richtig sabotiert hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben schmettern. Wie liefen eure letzten Ranked so? Und wie sind eure Hoffnungen für die nächste Season? In die Kommentare. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017